Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge und endlich mal wieder einer Folge zu Stream Clips Germany. Das letzte Mal als wir darauf reaktet haben, hieß es noch Twitch Clips Germany, mittlerweile ist es Stream Clips Germany. Von daher machen wir einfach gar nicht drum rum, schnacken, einfach rein und let's go. Ich bin gespannt, die Folge heißt sehr gut Tittenhexe. Was soll schon passieren? Let's go. Hier ist das erste Deutsche 2 Fernsehen und ich begrüße euch alle herzlich zu einer neuen Folge Stream Chips Germany. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen der Folge und des Reacts und allen Clips und lasst überall ein Like da und ähm... Tut genau das. Du stinkst. Ist Vikingler da? Ja. Ich muss auch noch Englisch einlösen. A little bit red and something orange. Here we go. Sie fühlt das aber. Oh mein Gott. Das ist genau die Attitüde, die man dafür braucht. Ich lieb's. Jungs! Jungs! Hallo! Hallo! Oh mein Gott. Geht's euch gut? Oh shit! Wir sind am Arsch! Wir sind tot! Wir sind tot! Oh! Die sind tot! Definitiv! Ich hab einfach durchlaufen lassen. Ist kalt. Oh nein. Sie ist aufgestanden, hat die Kabel mitgerissen. Oh scheiße. Ich hoffe nicht, dass es kaputt ist. Aber sie wirkt jetzt auch nicht sonderlich motiviert. Ich glaube, die dachte sich einfach... Ist ein Scheißtag. Einfach nur ein Scheißtag. Geil. Das ist geil. Oh, hier war noch 10 von 10, oder? So! Lassen wir so! Oh nein! Oh nein! Angst weg. Oh nein! Das ist jetzt gerade nicht passiert. Es ist so schwierig. Prinzipiell heißt es ja immer so... Okay, Charaktererstellung 2 Stunden. Oh nein! Das ist immer mega nervig. Ich hab schon so oft aus Versehen jemanden totgeprügelt, den ich gar nicht totprügeln wollte. Ich geh jetzt auf Pornhub und stream da Videospiele. Weil der Markt ist da in der Richtung ja komplett untersättigt. Also da wird der nie... Ich hab ja null Konkurrenz. Und alle, die sich da gerade die Palme wundgerubbelt haben, werden sagen, boah, jetzt ein bisschen runterkommen. Gar keinen Bock mehr, nackte Leute zu sehen. Ich zieh mir jetzt rein, wie Matteo 8 Stunden Dark in Darker ballert. Und dann komm ich! Geil. Der Chat möchte nur Barki sehen. Zuki, du kannst in die Rente gehen. Keck weh. Ach, wie süß! Wow! Oh, yeah! Oh, my God! Wow! Okay, wieder ein Spare-Day. No! Ich mach' nicht eine sehr gute Idee. Sonst vergesse ich es nämlich so wie... Ach, shit! Der ist sehr cool. Wieso willst du weg? Ich will deine Reaktion auf meinen Weihnachtsbaum. Ja, wo bist du? Wann? Wo ist denn? Der ist hübsch... Äh, wo ist denn deiner? Bist du ganz unten? Ja, nun. Wenigstens riecht er gut. Ganz, hast du Lust, mir mein Weihnachtsgeld abzuziehen? Wäre gerne deine dumme Dienerin. Melissa. Klar. Klar. Klar, du ekelhaftes Schwein. Gib mir dein Weihnachtsgeld. Du hast das nicht verdient. Okay? Die kriegt alles von mir, was sie will, wenn sie das so macht. Holy shit! Die Seite gefällt mir. Ich kann das auch alles einfach im Chat. Wenn ich nicht da bin, dann seht ihr mich auch nicht. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Nee. Ja, das ist... Ich... Das ist... Keine... Hier ist... Oh, von hier ist gut. Oh, man kommt gleich mit. Äh! Oh! Oh mein Gott! Das heißt, er könnte sich sein eigenes Gesicht über sich drüberziehen. LOL! Wie gut! Er könnte sich in sich selbst verstecken. Das ist ja richtig nice. Das... 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 Das gefällt mir. Das möchte ich auch können. Dann geht das nicht auf, Mann. Das ist cool. Das ist cool. Skill. Eindeutig Skill. Also nochmal. Erstens ist sie mir nicht fremd und zweitens hat sie doch gesagt, ich soll das in ihre Wange stecken. Sieh! Jeder nimmt jetzt seinen eigenen Finger, legt ihn in den eigenen Mund, in die Wange, so. Naja, so viel wie du redest, redest du für uns beide, also. Und wenn dann der Finger da drin ist, dann lässt man ihn einfach mit einer Wangenentspannung nach außen ploppen. Offiziell Angst. Und nochmal. Ich glaube nicht, dass ich es so anhören soll. Warte. Au! Ich lasse das sein. Ich kann das nicht. Andersrum? Andere Wange? Warte. Habt ihr es gehört? So ganz leicht. So ganz leicht ist es. Ich habe halt nicht genügend Spannung in mir drin. Das ist in Ordnung. Aber so ganz leicht war ein Plöppen zu hören. Ich bin sehr stolz auf mich. Habe ich wieder was dazugelernt? Dankeschön. Und jetzt alle! Ich habe mir so mein Knie so in mein Gesicht so reingeraten. Au! Hat auch einen Vorteil dick zu sein. Wenn ich sowas machen würde, wäre mein Bauch im Weg. Ich habe auch keine Probleme damit. Ich habe die Brüste. Ich kriege es auch nicht hin. Hallo Twitch-Richtlinien. Na, wie geht's? Ab in die Kunstkategorie. Hallo! Ich weiß ja nicht. Lol. Gronkh hat sich in meinen Augen komplett verändert. Ich dachte, Gronkh wäre so richtig seizo. So richtig rein. So ein richtig süßer Opi-Streamer. Ich meine, Papa-Streamer. Sorry, Gronkh. Papa-Streamer! Und je öfter ich Clips ansehe, desto mehr perverser ist dieser Werte her. Immer mehr perverser wird er. Er richtet sich nur nach dem, was er zu sehen bekommt. Was soll ich denn sagen? Die nehmen mich bestimmt als Erste drauf. Auf gar keinen Fall. Ich carry hier das Team. Ja. Nice. So ein bisschen an einem Knacksen-S. Bin ich sicher. So, mit wen? Oh, hä? Nun. Wirklich? Bin ich gest... Komm, Alter. Das war doch nicht hoch. Also ein 24er und ein 34er-Halb-Train heute. Ganz ohne Sabaton, ohne irgendwas. Ohne... Ohne irgendwas. Mit der Macht der Liebe. Ja. Ekelhaft. Hey, könnt ihr auch mal ein bisschen mehr Liebe lassen. Steh drauf. Wisst ihr, wer an Weihnachten wirklich das Licht unserer Welt erblickte? Er hier. Yeah. Und... Das ist Jesus? Nee. Das war nicht Jesus. Das war mein Gott nicht annähernd. Ich hab grad... Ich hab nur aus dem Augenwinkel als ich getrunken. Das ist... In keiner Welt ist das Jesus. Ich hab mich damit raus. Nee. Nee. Hab ich... Ah! Mein Süßle! No! Stupid... Fuck! Oh shit. Du musst auch anfangen. Ist das schon Teil der Performance? Achso. Jen. Der Cringe. Ja! Das ist doch gerankt hier. Oh shit. Oh shit. Oh shit. To the new age. Oh mein Gott, das riecht ja wirklich. Oh mein Gott, das riecht ja wirklich. Ich liebe Duft-Toilettenpapier. Das Ding ist, ich habe jetzt von mehreren Seiten schon zugeschickt bekommen, es gibt bei Lidl, Edeka und Co. Waschbären-Toilettenpapier. Ohne Duft, aber gibt es. Ich hätte gerne einen Waschbären für den Arsch. Aber bei uns gibt es das nicht. Es gibt kein Waschbären-Toilettenpapier. So, ist gerade wieder die Zeit, wo man Toilettenpapier hortet, wo man sich denkt, oh nein, das muss man direkt mitnehmen, damit ich keins bekomme. Das ist super unfair. Eigentlich, lol. Lol, es riecht ja wirklich. Lol. Ich habe Fragen. Also, ich habe ja auch schon ein bisschen Sims 4 gespielt. Ich wusste nicht, dass das dort passiert. Aber jetzt habe ich noch mehr Bock, Sims 4 zu spielen, meinen Mod-Keller auszubauen dort und meine Mods mit reinzunehmen. Ich möchte wissen, was bei denen passiert. Oh mein Gott, das ist gemein. Das ist nicht okay. Das war sehr awkward von mir. Ja, grüß dich. Wer war das? Jen-Jan. Wen-Jan. Jen-Jan. Jen-Jan. Doch, doch, die kennt man. Das ist Milchbaum 2.0. Hast du heute ge- Das ist ein- Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Oh Gott. Ich möchte nichts in seine Haut stecken. Ich glaube, irgendjemand ist damit fucking schon auf dem Weg. So, Mutter. Kimono, was für Gardine von Omi. Die habe ich auf Amazon gekauft. Da stand drauf, verführerisch, fam, fatal sexy. Ich habe ganz viele solche Dinge, solche Kimonos für Omi. Aber ich bin auch General, das ist vielleicht jetzt daran. Deswegen haben wir keine Gardinen mehr. Ne, wenn du das nicht siehst, dann hast du einfach keinen Geschmack. Sag ich dir, wie es ist. Haben wir im Spiegel gesehen, gleich mindestens plus 20 auf Ego. Ja. Also, je enger, desto besser. Also, je- Nee. Warum? Okay. Okay, ja. Warte, ja, warte. Nein. Warte, warte. Du unartiges Männchen. Das kann doch nicht sein. Du musst doch nur deine Freunde anlügen. Ich sehe dein Problem nicht. Boah, meine Ohren sind warm. Oh, ich kriege keine Luft mehr in meinen Ohren. Ich kriege keine Luft mehr in meinen Ohren. Kitten, ich hoffe nicht, dass das durch deinen Kopf zirkuliert. Ich habe dich anders kennengelernt. Das ist nicht okay. Boah. Ja, damit muss ich mich dann auseinandersetzen, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ja. Wenn sich zwei Leute küssen, entsteht ein ellenlanger Tunnel von einem Poloch zum anderen. So habe ich das noch nie gesehen. Ach, ich mach auch. So habe ich das noch nie gesehen. Aber er hat recht. Oh mein Gott. Schatz, ich möchte einen Polau spüren. Ich glaube, er hört mich nicht. Lauf mal auf. Ich drehte sie auf. Ja, er dreht auf. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Damals angefangen habe mit streamen, habe ich Mama gesagt, wie ich heiße. Ähm, und zwar, dass ich Aschekunst heiße. Als Aschekunst bla bla bla, im Internet unterwegs bin, bla bla bla. Inzwischen heiße ich auf Twitch nur noch Asche, by the way. Ich fing aber als Aschekunst mit Unterstrich an. Jetzt bin ich auf dem Strich, deswegen ist der Strich weg. Ach, nicht lustig, okay. Und wir sitzen dann abends und ich war so, Mama, warum re... Warum fragst du denn jetzt nach meinem Namen, Mama? Du weißt doch schon längst, wie ich heiße. Und Mama sitzt da und ist so, stimmt, du hast mir das erzählt. Und denkt nach, warte, das fällt mir bestimmt wieder ein. Und denkt nach, und denkt nach. Und schreit in unsere Runde mit Oma, mit Oma, kleiner Schwester und dem fucking 13-jährigen Fortnite-Kiddy. Unironisch jetzt, er hat sogar genau in dem Moment Fortnite gespielt. Ach ja, stimmt, du heißt ja Tittenhexe. Oh, Mann. Ja, nun, ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab bei den meisten Vitoomer immer das Problem, aufs Gesicht zu achten. Es tut mir leid. Aber wubbelt und wabbelt immer alles. Das ist superschwierig. Der Name passt. Es tut mir so voll, 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 voll leid. Aber ich hab da wirklich Probleme, mich drauf zu konzentrieren. Geht's nur mir so? Mein Gott, ich hab... Ich hab nicht gesehen, dass es hier andere Sachen gibt. Ich dachte, das ist alles. Es wird so Zeit, dass wir wieder Witcher spielen, Chat. Ich dachte nur, es gibt nur Rot. Ich dachte, es gibt nur Rot. Nana hat einen Schlagzeug-Skill bekommen. Was ist denn mit dir, Leute? Funktioniert. Ich find das richtig cool. Ein Mikro nicht. Warte. Interessant. Ich hab grad einfach eine Abwehr gemacht. Die komplette Milch-Storm-Community finde ich einfach. Absolut abtörn. Die hab ich's nicht verstanden. Warum findet die mich denn abtörn? Was ist denn an mir abtörn? Ich kann denen mal die Discord-Nachrichten zeigen, was die über dich schreiben, Alter. Was schreiben die? Boah, Alter. Erzähl mal, was schreiben die? Nee, erzähl mal. Ja, dass du sau anstrengend bist, dass du... Ich in einem Milchbaum-Zuschauer schreib, dass ich anstrengend bin. Weißt du, was denen fehlt? Ich hab halt keine Tittis. Das ist deren großes Manko. Hat Sonja aber auch nicht. Alter. Hat sie nicht gesagt. Oh mein Gott. Ja, nun. Da steht irgendeine Frau in der Church. Weiß ich jetzt nicht. Gehen wir mal lieber gucken. Ah! What the fuck? Oh Gott. Du hässliche Alte, ey. Alle Leute so, oh nein, globale Erwärmung. Die Erde wird untergehen. Und dann gucke ich in den Chat und denke mir, vielleicht nicht schlecht. Okay, sie hat recht. Kronk wird immer schlimmer. Ui, klingt doch gut. Lecker essen bei der Ehreneiswürfe. Hat sie nicht. Nicht ähm interessiert haben. Nicht Chat lesen und fahren, bitte. Ja, natürlich. Ich bring Wohlstand in die Wohlstand. Guck mal, ich bring so viel. So hab ich das Wort gelernt. Olli hat mir gesagt, ich muss den Minecraft Creeper. halt dieses Ja, ich kann mittlerweile Sartöng aussprechen. Sartöng. Ja? Geht. Die üben alle die richtige Aussprache. Entschuldigung! Villager, Entschuldigung, Villager. Oh, wie geht los? Oh. Er sagt, ich wollte schon mal auf Klingel, ich kann eins passen. Nee, die Banane war von mir. Oh, das ist ja großzügig. Ja, ey. What the fuck? Sturki! Meine Stärke jetzt so bleibt, ob ich vielleicht dann irgendwie drauf spare und irgendwann mal lasern lasse. Oh, ich hab sie lasern lassen und ich kann's nur empfehlen. Ja, also ich hab ein Minus 5,5. Ich bin halt blind. Aber was ist, wenn der Laser dein Gehirn durchbohrt? Ist auch ne Angst. Das heißt, bei dir einfach kein Risiko da, ne? Ich liebe Tinka. Wirklich. Die Frau ist, die Frau ist großartig. Nun. Es gibt ein Ding, das sich ausschaltet. Oh! Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, ist das hier? Ah, Anabiotics. Ja, egal. Dann machen wir das jetzt so. Was hat der gerade getrunken? Nix gut. Lol. Den Blackguard hab ich mir jetzt anders vorgestellt. Das Spiel ist abgestürzt. Ähm. Macht der ein Gollum-Cosplay? Ich will das nicht. Das will ich. Hä? Wie kann ich aufmachen? Oh Gott. Weiß jemand, was das für ein Spiel war? Bekommen wir auch Sound? Oh! Hups! Crouch! Crouch! Warte. Crouch! Aua! Ich erinnere mich nach unsere ... Wir haben eine Zeit lang Dark Souls 3 gespielt, bis wir es auch wirklich durch hatten. Das war so cool und ich war so stolz auf mich, als wir es dann endlich hatten. Das war, das war episch. Wirklich großartiges Spiel. Brr! Du kannst auch Q drücken, dann hast du so ein Safety Mode. What Mode? Dann ist die gesichert. Aber ich weiß nicht, wann sie gesichert ist. Ah! Safety Off, Safety On. Ah! Ja, nun! Hey, ich schwöre, da steht ... Oh, da steht Turnset. Oh Gott. Novi, Hallöchen für den ... Äh, hallo, Dankeschön für den Rate. Hallo, hallo, willkommen, ihr Lieben. Dankeschön, dass ihr reinkommt. Wir gucken uns gerade das neue Stream Clip Germany an und reakten da drauf. Das heißt, ihr seid jetzt damit herzlich willkommen im YouTube-Video, weil ich euch einfach nicht rausschneide, weil ich einfach stocken faul bin. Äh, damit Novi-Sima-Nox, voll ausgesprochen, deswegen nenne ich sie nur Novi. Dankeschön für den Rate, könnt ihr gerne ein Follow da lassen, lohnt sich definitiv. Spätestens immer zum Beilut-Skate-Mittwoch und ist eine unglaublich Liebe und auch eine rothaarige Komparsen. So, so, so Komparnen, Komparnen-rothaarig mit ... Hat auch rote Haare, ist nett, war schon ein paar Mal hier drin. Geil. Follow da lassen. Dankeschön. Ich finde, meine Katzen sind braver als Noas. Ist doch eine Babykatze, ne? Macht ja auch nochmal viel Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Die Große ist super entspannt. Naja. Warte mal, der frisst ja gerade aus meinem Bock, der war in der Küche. Weg, time! Meine Katzen sind lieb! Motorrad-Rucksack. Oh, Motorrad-Rucksack. Ich fahre Rucksack. Ey. Ich fahre Motorrad. Oh, mit. Wo sind wir auch wieder Postkarten? Und zwar, nein, nicht, warte, nein, das war Elia, der Wald, oder? Das war Elia. Was hat denn, Moment. Was gibt es denn für anzügliche Bilder von Elia? Warum hab ich die nicht? Oh mein Gott, das war, das war die, war Elia Wald auf der, ähm, aus der Venusmuschel. Nein, nicht, warte, nein, warte. Das, das wird nicht, das wird nicht, Oh Gott, erst mal, wie sitz ich mich dann hier hin, ich sitz mich so in den Kaiserschnitt. Wie sitzt ihr beim Zocken? Macht ihr auch Kaiserschnitt ab und zu? Nein, bitte nicht, macht Autsch. Kaiserschnitt heißt es, ne? Nee, warte mal, Kaisersitz. Oh Gott. Schneidersitz. Aber fast. Ich mein, Kaisersitz, Kaisersitz, meine ich. Kaiserschnitt. Macht ihr auch manchmal Kaiserschnitt beim Zocken? Scheider sind zwei nicht. Das wird nicht besser. Keine Granate mehr. Will da jemand Auge machen? Jetzt macht er keine Auge mehr. Ich will mich nicht mit Luna anlegen. Oh mein Gott, der war so schlecht. Ich hätte den Tisch eigentlich als letztes machen sollen, egal. Weil das hier ist halt auch alles nicht sortiert, deswegen ist... Opsi. Es ist nicht sortiert. Ich habe jetzt weihnachtliches Klopapier. Jetzt ist jeder Schiss. Eine Bescherung. Nicht dran riechen, auch wenn Zimtgeruch draufsteht. Vor allem nicht, wenn du es zuvor benutzt hast. Das ist ne Non-Menschen an Razer Tainment, der genau das getan hat. Hey! Die Beschwerde im Hintergrund. Ich lieb's. Google einen zufälligen Buchstaben, bitte. Warten wir gerade. Google einen zufälligen Buchstaben, bitte. Oh. Google einen zufälligen Buchstaben, bitte. Schön auf den Playern, das geht aber noch. Das geht aber, das ist okay. Das ist okay. Das ist ja mit Schutzfunktion. So, Freunde, pass auf. Achtung. Oh mein Gott. Alles klar. Ähm. Ja, nun. Vielleicht reicht das? So sollte das aussehen. Schön. Meint ihr, es hat gereicht? Oh mein Gott. Und weil wir es noch lese. Du bist da. Was ist da passiert? Autsch. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Wieso flieg ich durch die Luft? Ich glaube, sie fährt den Himmel empor, oder? Jetzt doch noch in der Zeit. Wir haben auch noch in dieser los. Holst du den Exorzisten, bitte. Okay, es war sehr, 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 sehr cool. Dankeschön für die großartige Folge. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, immer wieder seit Langem darauf zu reacten. Lasst auf jeden Fall bei Clippy ein Follow da. Unterstützen, jungen Herren. Macht ein Däumchen hoch. Beim Video ist auch unten in der Videobeschreibung mit zu finden. Vielen lieben Dank und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Bye, bye.